Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenden. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zur Livestream-Ankündigung und zwar für Dienstag um 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Und was werden wir zocken? Eines kann ich sagen, keine Les. Ne, 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 ne. Diesmal nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir ein bisschen zu viel gespielt in letzter Zeit. Ich möchte eine kleine Pause machen und euch auch gerne mal was anderes zeigen. Darum habe ich mir gedacht, wir spielen vielleicht... ...Rambo 6, ATS oder Battlefield, gar nicht wahr? Call of Duty Black Ops 3. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge. Minecraft, Eurofishing, was auch immer. Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten wird es eins von den drei Spielen sein, die ich gerade gesagt habe. Und wir treffen uns Dienstag 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Alles klar, Leute. Tschüss und bis heute Abend.